Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier bei der Eule stehen geblieben, nachdem wir Gronia verlassen haben, um in den Wald zu kommen. So, dann stand mir gleich. Ich scheine mich wieder zu singen, Link. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Ne. Hör auf, deinen Kopf zu drehen, das verwirrt mich. Hör sich mich wiederholen? Äh, nee. Verweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ich höre keine Musik und ich soll mich auf mein Gehör verlassen. Du bist echt eine korrekte Eule. Jetzt höre ich Musik. Ist da wieder Medo? Okay, hier ist kein Medo. Ich weiß nicht, ich muss nach links aber... Ich kenne das doch ein bisschen von damals. von damals? von damals? Boah, stimmt. Da lala, Kukiri, war halt. Hey, ich lauf echt gut. Sag mir, ich bin richtig, sag mir, ich bin richtig, ja, ich bin richtig. Komm her. Ich verprügel dich mit meinem Magic-Stick. Oh, verdammt. Okay, komm. Ha, mein Magic-Stick hat's dir gegeben. In den Rücken. Ah. Dekonusse. Ich hab Dekonusse, 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 Dekonusse! Äh, halt, warte. Halt die Fresse. Oh, Jesus Christus, Fiech, doch schießt nicht unten. Ha! Nein, Mob! Äh, nee. Häm, war irgendwas in meinem Hals? Oh, halt, warte, die ist durch. Ja, was ist denn da? Kommen wir da? Ja, da kommen wir. Ah, nein! Ich warne dich. Wie lange kann er das denn anmissieren, das Vieh? Ja, natürlich. So ein Mist. Oh, ja, auf die Passagen folgt mich schon, wenn wir groß sind. Da kommt mein Lieblingskollege. Oh, Nüsse, Nüsse, ich brauche Nüsse. Oh, was passiert denn jetzt? Oh, Sanja, auf dem Baumstumpf, Sanja. Hm, sieht ja ganz schön süß aus. Wo hat sie denn die Ocarina her? Sie hat doch ihre uns geschenkt. Say what? Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die Heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Natürlich spiel ich mit dir. Juhu! Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja gut, den ersten, dritten Ton habe ich nicht zu ganz getroffen. Wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Boah, ist das cool. Du hast Sahlias Lied erlernt. Ich mag diese Musik voll. Das ist so geil. So geil, dass ich einfach lebe. So, was? Jetzt haben wir Sahlias Lied. Müssen wir zurück zu den Geronen, aber... Oh, ich wollte eigentlich direkt einspringen. Schade. Genau. Feen wohnen. Wir wohnen uns jetzt unsere erste Fee. Weh. 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 Wieso kannst du das nicht mal mit Navi machen? Dann wäre sie wenigstens still. Du besitzt jetzt eine Fee. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf CC oder C platzieren. Diese kleine Fee wird dich wiederbeleben. Wenn du keine Energie mehr hast. Hast du sie auf C platziert, kannst du ihre Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen. Natürlich. Erstmal... ... wieder meine Dekostics ausrüsten. Ja, gut, speichern wir mal. Na, wir bräuchten eine Flasche für Navi. Definitiv. Dann würde sie nie wieder stören. Nie wieder. Ja. Komm. Leiter hoch, Link. Hui. Alter. Telluruu. Ey. Boah. Wo ging es jetzt nochmal zu den Garoni? Oder können wir uns im Wald noch die... Doch, Jonas. Warum du schon wieder? Link. Hat Sahl dir die Elite beigebracht? Nee. Ich hab einfach ein Pläuche mit dir gehabt. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wähl sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Linien zu spielen, die du gelernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Wollte ich alles nochmal sagen? Nein, und du hörst doch mal auf, wenn das zu fragen. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Ach Gott. Ach Gott. Man, hat er jetzt ernsthaft gemeint, ich soll hier nicht spielen? Nee. Ich bin falsch gelaufen. Richtig. Ich bin richtig falsch gelaufen. Da, da ist es. Da. Da. Ich bin richtig fertig geworden. und dann klappt das schon. Fantastisch! Du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Nun bleiben. Hier, nimm dies an dich. Boah, er hat es voll aus seinem Rachen rausgespotzt. Deine Munitionsstasse ist größer geworden. Jetzt kannst du uns knapp 50 Deko gerne tragen. Jetzt können wir ein bisschen sinnloser rumschießen. Ah, da. Da sind wir schon wieder voll mit den Gronen. Da-da-da-da-da-da. Groni, ja-ha-ha-ha. Ich mag die Gronen. Die Gronen sind cool. Oh Mann. Jetzt muss ich... Wie hab ich den gest... Wie hab ich... Darum hier besprochen. Ähm... Okay. Oh, was passiert jetzt? Oh mein Gott! Er rastet voll aus! Ah! Lauf, Link! Lauf! Ja! Ich bin wie bekifft im Tanzerum. Ja, ey! Oh ja, checka! 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 Oh, oh! Oh ja, checka! Oh! Du wie? Let's dance! Nein, eher let's neck. Yeah! Ja! Ja! Wuuu! Wie? Wow! Cooler Sound! Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Oh, hab ich den Namen jetzt gerade gespoilert? Egal. Ich bin Anführer der Koronen. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Koronen-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweis dich, indem du die Kreaturen in der Dongus-Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühen soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Koronen. Ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Koronen-Armband. Nun kannst du da noch Blumen pflücken. Stell dich da vor und nimm sie mit A auf. Yeah. Das ist voll cool. Danke, Opi. Oh. Oh, 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 oh. Wir müssen ein riesen CD-Spiel haben, wenn es diese ganze, ganz Koronia. So, zusammen. So, ist hier eine Bombe? Ja, hier ist eine Bombe. Perfekt. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wenn man da reintritt, bekommt man was. Das will ich jetzt noch versuchen. Komm, komm. Wachs nach. Lauf, 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 lauf. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, ich schaffe es jetzt noch. Und wenn nicht, mache ich es einfach später. versuch es jetzt noch dieses eine mal nein nein schweiß weg naja gut okay dann machen wir uns mal auf den weg wobei was kriegen wir wenn wir eigentlich den da oben aufhalten weil ich weiß wie man ihn aufhält ich mach das glaube ich mal später wobei wir können jetzt nicht mehr so viel anstellen ja gut ich bleibe hier ich mache die dann im nächsten fahrzeuge es kann nicht sein aber das ist doch der war doch schon drinnen mensch Kinder ja das muss man wenn es jetzt da ist es dreht sich jetzt einmal rum das ist vorne genau jetzt jetzt dann verwerfe ich das so ich glaube es nicht naja ich mache hier den cut und bis den nächsten nach